Bis jetzt eine ordentliche Saison und vielleicht ist ja sogar noch mehr drin. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Van Persie, Drogba, das könnte die Chance werden. Benni, immer mit dem Ball rechnen und Spurpaste wegnehmen. Immer. Weil ich ziehe oft in die Mitte. Sorry. Er spielte zurück, guter Doppelpass. Schön zu dir. Weg ist der Ball. Sie haben den Ball. Gute Körper eingesetzt. Von Persie und direkt zurück gespielt. Okay. Zurück. Ähm. Ja. Manchukic. Von Persie. Schöne Zuspiel. Achtung jetzt. Mitte. Uh. Da holt er den Ball zurück. Was? Vorteil, spielt euch weiter. Ja, und das ist auch gut so. Mit dem Ball am Fuss Richtung Gegner durch das Tor. Start. Daniel startet. Ah. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Er kann dazwischen gehen. Und Mitte. Ach. Er versucht's. Den hat er super gehalten. Über die Torauslinie Ecke. Ist doch klar, dass er da noch Geld zeigt, dass das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genau so musst du das machen. Oh shit. Oh shit. Daniel. Und jetzt die Chance. Eine starke Parade. Müßte Ecke geben und die gibt's auch. Sergio. Wo bist du? Doch. Der Ball kommt rein. Jetzt vielleicht. Der Ball kommt rein. Boah. Sabi. Gut. Der Grün. Boah. Zu eng, zu eng, zu eng. Grün. Geht zurück. Da. Schau. Ich gehe direkt auf den ersten. Ja, ich habe. Ja, ich habe. Stark. Van Persi. Drogba. Schön. Ja. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das gibt ein Wurf. Ball ist draußen. Manchukic. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. nochmal, Sabi. Und schick mich. Ah, schön. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Unnötiger Ballverlust. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Boah. Ja, ist ja gut. Schau mal. Schau mal. Da passt er auf. Super Pass. Guter Steifers. Von Persi. Daniel. Ah. Uh. Und das ist der Ballverlust. Ich gehe dafür. Danke. Wird es jetzt gefährlich? Super. Foul. Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Schön dazwischengegangen. Ballverlust. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Stark. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Ja, das war gar kein Zweifel. Elfmeter. Und jetzt gibt's Elfmeter. Ganz klare Nummer. Und da hat er sogar noch Glück. Er ist schon mit Gelb vorbelastet, aber darf tatsächlich weiterspielen. Hä? Das ist ein Schatz. 1. Das ist ein Schatz. 1. 3. 2. 2. 3. 2. 1. 1. 1, 2. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Haus. Chiellini. Toller Pass! Schwarz verteidigt. Es gibt hier die Ecke. Gefährliche Aktion! Unerschießt! Kein Tor! Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter auf das erste Tor warten. Tolles zu spielen! Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Da holt er den Ball zurück. Chiellini. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Drei Minuten. Und damit ist der Ball weg. Das könnte der Gelegenheit werden. Modric. Sie kommen jetzt über außen. Schlag bin ich. Da trennt er ihn vom Ball. Ach komm. So, ich kann es. So, ich kann es. Im Volksparkstadion geht es jetzt weiter mit Durchgang zwei. Lukaku. Das könnte gefährlich werden. Die Defensive steht. Drogba. Da steht die Abwehr sicher. Drogba. Das könnte die Chance werden. Nochmal bitte. Ah, schau. Drogba. Und das geht nicht mal. So, und jetzt können wir noch mal schnellen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Toilters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Den gehen wir. Von mir ging es? Nein, ich bin nicht da. Zil. Uh, mein Fehler. Mein Fehler. Alles gut. Schick mich? Ja, schön. Das ist jetzt seine Chance. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht, nicht schön, aber dafür erfolgreich. Ja Wolf, diese langen Bälle sind nicht der modernste Fussur, aber stark gespielt. Das Tor ist absolut verdient, definitiv. Sie spielen richtig gut und hat ja schon einige gute Spiele. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da bin ich abgefangen, gut gemacht. Nee, nee. Hazard. Manchukic. Boah, kommt der, kommt der. Oh, schade. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Oh, schade, Mann. Jetzt wird's gefährlich. Stark, Mann. Da kann er jetzt stoppen. Der macht dort. Uh. Spinnt der. Da geht er auch nochmal sicher, zurück zum Torhüter. Stark. Stark. Ja. Hazard. Bin bereit. Daniel, schlecken. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Rechter Verteidiger. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Flieger. Ja. Schön. Ah, schade. Bisschen zu weit dieser Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gut verteidigen. Oh, schade! Uff! Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie Gut verteidigt hier. Da wird jetzt viel Platz für ein perspielter. Er bekommt die Unterstilzung. von ihm auf er spielt den pass zurück er spielt den pass auf den flügel da können wir erst mal klären das war gefährlicher aus aber der ball ist das war weg gut gemacht spielt den ball direkt zurück das könnte der gelegenheit werden da verlieren sie den ball und die fans geben jetzt er hält sich gerne auf einer linie mit den verteidigern auf aber dann hat das timing nicht ganz gestimmt der blick auf die uhr neun minuten bis zum ende das könnte gefährlich werden Daniel schiess oh wow gibt es meine Augenbrauen Daniel ne niemals sieh mal in die Mitte jetzt steht es 2 zu 0 das dürfte ihnen Ruhe geben geht gut dazwischen weg ist der ball ach schade wird das seine Torchance Modric starke Partizano Ball im Aus Abstoß auf den Rängen ist die Stimmung klasse oder was meinst du Buschi seh ich auch so Wolf da bekommt man die Gänsehaut Hühnerpelle wenn man die hier singen hört da ist der da ist er Modric gibt es jetzt die Gelegenheit schießt den rein der Schuss war gefährlich aber der Spieler blockt ihn richtig gut da ist immer aus es gibt Ecke Ecke kommt Oh, rüber auf die andere Seite! Achso. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Schön Silvio, sehr gut. Ich bin da. Ok, wieder zurück. Ja, ich weiß, war schade. Ich glaube, ihr Weltklassik spielt, man. Bin selber überrascht. Das ist jetzt eine Chance. Der passt in den Pfeiner, auch gut gemacht. Nicht schön, aber dafür. Na, Wolf, diese langen Bälle sind nicht der modernste Fußball. Aber wir sehen es hier ja, auch damit kann man Tore machen. Das könnte gefährlich werden. Drucker, Frieden abgemacht. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Das ist sicher gut. Schuss auf. Untertitelung des ZDF, 2020